so also ein deutscher zwischen einem oh mein gott wenn das nur gut kommt ganz ehrlich ich hoffe der thomas schaue nicht zu so moment machen die bitte ist live das ist alles live ja da ist live nicht schwindel worden vollgas ist alles live ja es kommt Rennen Sie wieder. Das ist unsere Sekretärin, die arbeitet schon brav. Er läuft? Oh mein goodness! Das ist der Georg und Ralf. Unsere zwei Meining-Profis hier. Genau. Maintenance ist wichtig. So sieht es aus. Wir haben ganz viel Arbeit vor uns. Ganz viel zu tun. So, jetzt gehen wir wieder raus ein bisschen. Von der frischen Luft. Das ist Harry am Arbeiten, am Schwerstarbeit machen. Ja, dann muss das alles stimmen. So, da seht ihr mal, was irgendwie... Einfach mal drei Partner aus Deutschland, Schweiz und woher noch? Österreich, gell? Ja, die kommen einfach hier hin. Helfen putzen. Helfen bei der Maintenance und so weiter. Also, jeder ist herzlich willkommen hier. Ab und zu anzupacken. Ja. Ich komme mir echt vor wie ein Idiot hier. Läuft hier rum mit der Kamera noch. Ist ja crazy. So, unser Office. Einfach das hier so ein bisschen... Ein Bild bekommen. Von das, was wir machen. Unsere Ingenieure. Wir arbeiten hart. Die ganze Zeit. So.